Musik Ufo-Absturz in der Kalahari-Wüste 1989 oder die südafrikanische Air Force schiesst ein Ufo ab. Die Bergung des Ufo-Wracks bringt zwei lebende Alien-Insassen zutage. Anfangs Juli 1989 wird dem britischen Ufo-Forscher und Ex-Polizeioffizier Anthony Dodd ein sechsseitiger Geheimbericht zugesandt, der sich als ein brisantes Glied in der Kette von Ufo-Beweisen erweisen sollte. Wenig später kam Dodd in Kontakt mit zwei Augenzeugen des Vorfalls, zwei Captains des Luftwaffengeheimdienstes und erhielt weitergehende Informationen. Umfangreiche Recherchen in drei Ländern bestätigten den Vorfall. Gerüchten aus Geheimdienstkreisen zufolge soll Südafrika von der USA neueste Atomwaffentechnologie im Austausch gegen das Ufo-Wrack mitsamt seiner Insassen erhalten haben. Hier nun die Akte der südafrikanischen Air Force. Die Akte ist vom Büro des Luftwaffengeheimdienstes Department of Air Force Intelligence, DAFI, als Top Secret klassifiziert. Datum 7. Mai 1989 Thema Unidentifiziertes Flugobjekt Codename Silberner Diamant Aktennummer 2346 Bindestrich A2 Bindestrich 1C Bestimmung Valhalla Luftwaffenbasis Pretoria Klassifizierung Rot Streng geheim Beschränkter Zugang Illuminated 9 Fallgeschichte Um 13.45 Uhr GMT am 7. Mai 1989 meldete die Marinefregatte S.A. Tafelberg dem Marinehauptquartier in Kapstadt ein unidentifiziertes Flugobjekt, das auf Radar geortet worden war und sich in nordwestliche Richtung in einer kalkulierten Geschwindigkeit von 10.421 km dem afrikanischen Kontinent näherte. Das Marinehauptquartier registrierte die Meldung und bestätigte, dass das Objekt ebenso durch Luftradar, militärische Bodenradarstationen und den DF Mellon International Flughafen in Kapstadt geortet wurde. Das Objekt trat um 13.52 Uhr GMT in den südafrikanischen Luftraum ein. Es wurde versucht, Funkkontakt aufzunehmen, aber alle Kommunikationsversuche erwiesen sich als vergeblich. Die Valhalla Luftwaffenbasis wurde informiert und zwei bewaffnete Mirage F2G-Kampfflieger gestartet. Das Objekt veränderte plötzlich seinen Kurs mit einer Geschwindigkeit, die für jedes Kampfflugzeug unmöglich erreichbar wäre. Um 13.59 Uhr GMT meldete Schwadronenführer Gossen, dass sie das Objekt auf Radar und visuell geortet hätten. Es wurde Befehl erteilt, mit der experimentellen, flugzeuggetragenen Thor 2 Laserkanone auf das Objekt zu feuern. Der Befehl wurde ausgeführt. Schwadronenführer Gossen berichtete, dass helle Lichtblitze von dem Objekt ausgingen. Das Objekt begann zu schlingern, während es noch immer seinen Nordkurs beibehielt. Um 14.02 Uhr wurde gemeldet, dass das Objekt um 1000 Meter Minute an Höhe verlor. Dann stürzte es mit grosser Geschwindigkeit in einem 25-Grad-Winkel auf die Erde und schlug in einem Wüstengebiet 80 Kilometer nördlich der südafrikanischen Grenze zu Botswana ein, in der zentralen Kalahari-Wüste. Schwadronenführer Gossen erhielt Anweisung, das Gebiet zu umkreisen, bevor eine Bergung des Objekts durchgeführt werden konnte. Eine Gruppe Luftwaffen-Nachrichtendienstoffiziere wurde zusammen mit medizinischem und technischem Personal sofort zur Absturzstelle gebracht, um die Untersuchungen und Bergungsarbeiten durchzuführen. Dabei entdeckte man 1. einen Krater von 150 Meter Durchmesser und 12 Meter Tiefe 2. ein silbernes, scheibenförmiges Objekt, das in einem Winkel von 45 Grad in einer Seite des Kraters steckte 3. um das Objekt herum waren Sand und Felsen durch eine intensive Hitze zusammengeschmolzen 4. ein intensives, magnetisches und radioaktives Feld um das Objekt führte zum Ausfall von Luftwaffenausrüstungen 5. der Leiter des Bergungsteams veranlasste, dass das Objekt zu weiteren Untersuchungen in die Sicherheitszone einer Luftwaffenbasis gebracht wurde. Das Aufschlagsgebiet wurde mit Sand und Gröll zugedeckt, um jede Spur zu verwischen, die darauf hindeuten könnte, dass dieser Vorfall sich je zugetragen hat. Die folgenden Spezifizierungen sind das Ergebnis der ersten Untersuchungen auf der Luftwaffenbasis. Beschreibung des Objekts Flugzeugtyp unbekannt, vermutlich ausserirdisch Ursprung unbekannt, vermutlich ausserirdisch Identifizierbare Hoheitszeichen keine Seltsames Zeichen in das Metall der Objektseite eingearbeitet Format Länge ca. 20 Meter Höhe 9,5 Meter Gewicht ca. 50 Tonnen Herstellungsmaterial Unbekannt Erwarten Laborergebnisse Aussenfläche des Objekts ist makellos, poliert, silbern Keine erkennbaren Fugen im Innern oder auf der Aussenoberfläche des Fahrzeugs Von aussen sind zwölf ovale Luken in die Objektoberfläche eingebettet Antriebsweise Unbekannt Erwarten Laborergebnisse Bemerkungen Eine Art hydraulische Landevorrichtung war vollständig ausgefahren Was darauf hindeutet, dass eine elektronische Fehlfunktion zum Absturz des Objekts führte Das kann seine Ursache darin haben, dass die Thor 2 Laserkanone auf das Schiff gefeuert wurde Während das Untersuchungsteam das Objekt auf der Luftwaffenbasis beobachtete, wurde ein lautes Geräusch wahrgenommen Dann bemerkte man, wie sich langsam eine Luke oder ein Eingang auf der Unterseite des Objekts öffnete Diese Öffnung wurde später mit Hilfe hydraulischer Druckpumpen erweitert Medizinischer Bericht über die humanoiden Wesen Ursprung Unbekannt, vermutlich ausredisch Grösse 1,25 m bis 1,35 m Aussehen Gräulich-Blau, weiche Hautstruktur, extrem elastisch Haare Keinerlei Körperbehaarung Kopf Extrem gross im Vergleich zu menschlichen Proportionen Erhöhte Schädeldecke mit dunkelblauen Flecken rund um dem Kopf Gesicht Auffällige Wangenknochen Augen Gross und nach oben hin zur Gesichtsseite geschlitzt, keine Pupillen Nase Klein, besteht aus zwei Nasenlöchern Mund Kleiner Schlitz, ohne Lippen Unterkiefer Klein, verglichen mit menschlichen Proportionen Ohren Nicht erkennbar Hals Sehr dünn, verglichen mit menschlichen Proportionen Körper Arme Lang und dünn bis über die Knie reichend Torso Brust und Bauch mit schuppiger, rippiger Haut bedeckt Hüften Schmal Beine Kurz und dünn Genitalien Keine äusserlichen Sexualorgane Füsse Drei Zehen Keine Nägel Schwimmhäute Hände Bestehen aus drei Fingern mit Schwimmhäuten Klauenartigen Nägeln Anmerkungen Aufgrund der aggressiven Natur der Humanoiden konnte keine Blut- oder Hautprobe entnommen werden Ein Humanoide griff einen Arzt an und verursachte tiefe Kratzwunden an Gesicht und Hals Als ihnen verschiedene Arten Nahrung angeboten wurden, verweigerteten sie das Essen Kommunikationsweise unbekannt, wahrscheinlich telepathisch Humanoide befinden sich derzeit in Verwahrungsarrest auf Ebene 6 der Luftwaffenbasis Um Überführung der beiden Humanoiden zum Zwecke weiterer Untersuchungen auf die Wright-Patterson-Luftwaffenbasis in den USA wurde gebeten Schlussfolgerungen A. Es konnte noch zu keiner Schlussfolgerung gekommen werden Die Ergebnisse der weiteren Untersuchungen werden abgewartet B. Das Objekt und die Humanoiden werden zum Zwecke weiterer Untersuchungen auf die Wright-Patterson Air Force Base überführt C. Transporttermin 23. Juni 1989 Diese Akte beinhaltet die ersten Ergebnisse des vorläufigen Untersuchungsberichtes Weitere Details werden nach Beendigung der Untersuchungen in Südafrika und auf der Wright-Patterson-Luftwaffenbasis USA erwartet So zeichnete ein an der Bergung beteiligter Captain des südafrikanischen Luftwaffengeheimdienstes die Ausserirdischen und so das Raumschiff Eine Anfrage bei der amerikanischen Luftwaffenüberwachung NORAD Durch Anthony Dodd und Dr. Henry bestätigte, dass tatsächlich am 7. Mai 1989 ein unidentifiziertes Flugobjekt mit Kurs auf Südafrika geortet wurde Dodd-Henrys Recherchen und Kontakte zu südafrikanischen, amerikanischen und israelischen Geheimdienstlern und auch unsere Recherchen lassen keine Zweifel an der Echtheit des oben zitierten Dokumentes Tatsächlich kamen wir durch den Kalahari-Zwischenfall in den Besitz von einem so umfangreichen Beweis und Tatsachenmaterial wie bei keinem anderen Absturz oder Bergungsfall Am 9. Oktober 1989 richtete der britische Rechtsanwalt Harry Harris eine vertrauliche Anfrage an das Wright-Patterson-Luftwaffenzentrum in Taten, Ohio, USA angeblich Zwischenstation des UFO-Wracks Eine Woche später traf bei ihm die Antwort ein Eine verblüffende Bestätigung Wir hier in der Division sind stolz darauf, unsere Finger auf den Puls des schwarzen Kontinents zu haben und sind uns voll der Ereignisse bewusst, die am letzten 7. Mai über der Kalahari stattgefunden haben Aber, wie Sie bestimmt wissen, haben wir nicht die Freiheit, Ihnen die Alarmstufe mitzuteilen die die Vorgänge bei den US-Streitkräften ausgelöst haben Allerdings sind unsere Kontakte der Ansicht, dass das fragliche Objekt nicht durch die südafrikanischen Streitkräfte abgeschossen wurde sondern aufgrund eines Schadens im Antriebssystem abstürzte Am Absturzort selbst wurden keine Lebensformen entdeckt Wir können nicht sagen, wo sich das Objekt derzeit befindet Die Hieroglyphen der Ausserirdischen Nach Aussagen von Zeugen der UFO-Bergung in der Kalahari wurde das südafrikanische Untersuchungsteam unterstützt durch eine extra eingeflogene amerikanische Expertengruppe Sie händigte der kryptologischen Abteilung der Valhalla Air Force Base unter anderem einen Übersetzungsschlüssel zur Deutung der an Bord gefundenen Hieroglyphen aus Demnach haben 12 der 132 Symbole eine unabhängige Bedeutung In allen anderen Fällen bestehen die Worte aus der Zusammensetzung zweier Symbole Schrift und Sprache haben den Namen Ochros Tatsächlich gleichen die Symbole jenen, die 1949 an Bord der in Aztec, New Mexico abgestürzten Scheibe gefunden wurden Eine Probe dieser Schrift wurde damals an die Linguistin Dr. William F. Friedman und Lambrus P. Callihanos zur weiteren Analyse gegeben Das Symbol, das auf der Raumschiffoberfläche zu sehen war, hat seine Parallele Am 24. April 1964 entdeckte der US-Polizist Deputy Marshal Lonnie Zamora auf Streife nahe Socorro, New Mexico ein gelandetes UFO mit eben diesem in roter Farbe leuchtenden Symbol auf dem Rücken Zamora sah noch zwei kleine schmale Wesen, die in das Raumschiff einstiegen, bevor es startete Das UFO hinterliess vier kreisförmige Eindrücke im Boden, die von seinen Landebeiden stammten Die US-Luftwaffe untersuchte und bestätigte den Vorfall Wir von Hangar 18b haben im Rahmen von UFO 101 diesen Fall bereits dokumentiert Ihr findet ihn unter UFO-Landung bei Socorro Die Fluglinie könnte wie die grüne Linie ausgesehen haben Das heisst, das Flugobjekt kam über dem Meer herein und wurde auf Radar detektiert Es änderte die Richtung, die beiden Mirage-Kampfflugzeuge wurden auf den beiden roten Linien hochgeschickt Das Objekt wurde auf der orangefarbenen Linie von der Thor-2-Laser-Maser-Waffe getroffen und stürzte irgendwo im hellblauen Bereich ab Zwei unabhängige Forscher, Dr. J.J. Hertag, ein amerikanischer Ufologe und Wissenschaftsprofessor und Johannes von Butlar, ein deutscher UFO-Forscher, haben ihre eigenen Forschungen zum Kalahari-Zwischenfall unternommen Beide kamen zum Schluss, dass tatsächlich ein UFO in der Kalahari-Wüste abgestürzt war Der Zwischenfall wurde ferner durch Titiko Seiso, dem Umweltminister von Botswana in einem 1993 in der südafrikanischen Zeitung The Argus erschienen Bericht bestätigt Tatsächlich handelt es sich bei dem Kalahari-Zwischenfall um den bislang bestdokumentierten UFO-Absturz oder UFO-Bergungsfall überhaupt Der Zwischenfall Der Zwischenfall Der Zwischenfall Der Zwischenfall